Ja, hey Leute, ich begrüße euch heute hier zu unserem Freitag-Special hier mit Paddy. Tag Leute. Und mir, Andi, servus. Und wir haben uns heute mal spontan dazu entschlossen, mal Tändelspielen zu gehen. Ja, das erste Mal. Wir sind noch jungfräulich in der Sportart sozusagen. In Schläger eine Runde schwingen. Genau, wir sind jetzt hier in Maintal und gehen jetzt hier mal rein und probieren das Ganze mal aus. Und ich denke, da werden ein paar witzige Aufnahmen entstehen. Wir sehen uns dann mal in der Halle. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also, bis gleich in der Halle. Macht's gut. So Leute, wir präsentieren euch jetzt mal ein bisschen vom Spiel. Wie gesagt, wir sind blutige Anfänger. Das erste Mal heute hier am Tennis spielen. Und ja, ich bin auch nicht zu lang. Also, dann schaut mal ein bisschen zu. Ja, das war jetzt auf. Was ist das? Musik 30. 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 31. 32. 32. 33. 33. Ja. 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 Jetzt müssen wir nachwerfen, dass wir uns schon wieder sein. Ja. Hi Leute, willkommen hier mit mir und Paddy zum dritten und letzten Teil. Wir waren ja zu lange hier, zwei Stunden glaube ich. Ja. Wie ihr seht es mir ganz schön aus der Booster, hat wirklich viel Fun gemacht und so weiter. Wir würden eigentlich noch weiter spielen, denn jetzt haben wir ja 11 Uhr. Ganz schön die Bälle geschlagen, ja. Ja, richtig. Und so langsam schließen sich hier die Tore. Und ja, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Konntet bestimmt auch ein bisschen lachen, hier mal Anfänger am Tennis zu sehen. Demnächst gibt es einen Teil über Squash, das wird auch noch eine ganz interessante Sache. Demnächst geht es hier weiter. Und ja, wenn ihr aus der Nähe von Frankfurt Maintal kommt, ihr könnt auch gerne vorbeikommen an eine Runde spielen. Ich bin auf jeden Fall mit euch. Jeder von euch ist erwünscht. Richtig. Genau. Meldet euch einfach bei Facebook und Andreas Ott bei mir auf der Seite oder bei Paddy Müller heißt du jetzt glaube ich. Paddy Müller. Der Mann mit den vielen Namen. Oder www.louderpatrick.de. Genau. Richtig. Alles klar. Gutes zu sagen. Wir sind raus. Macht's gut. Wir machen es jetzt mal auf den Heimweg und wünschen euch noch einen angenehmen Abend oder Tag. Wie auch immer. Schönes Wochenende. Tschö tschö. Jungs macht's gut. Ciao.